Tolles Wetter heute. Yeah, genial! Uff, ganz schön schwer. Jetzt noch die Bänke. Geschafft. Guten Morgen. Guten Morgen. Im Namen des Dreieinigen Gottes, Amen. Heute feiern wir Himmelfahrt. Doch was feiern wir eigentlich? Nach dem nächsten Lied die Geschichte dazu. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Warten. Jesus! Geht zurück nach Jerusalem. Denn ihr werdet bald schon den Geist Gottes geschenkt bekommen. Durch den Geist bleiben wir verbunden. Fürchtet euch nicht. Huch! Weg ist er. Ihr Lieben, was schaut ihr nach oben? Jesus wird wiederkommen. Lasst uns nach Jerusalem gehen. Seit der Glück. Zu walsen. Wie. 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 Jesus ist nicht mehr da, aber wir sind dennoch mit ihm verbunden. Wir sind nicht allein. Wir können seine Liebe spüren und dann berühren sich Himmel und Erde. Wir singen das nächste Lied. Gott segne und behüte euch jeden Tag neu. Amen. Schönen Himmelfahrtstag! Musik 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 Musik